Da ist eine, er hat auf mich gewartet. Das ist ja miese, kleine... Warum bin ich unter Wasser? Weiß ich nicht. Da ist ein Creeper, er hat mich gesehen. Ähm, Parsi, kommst du mal? Ja, nein. Wie nein? Das ist Befehlserweigerung, du kommst sofort her. Oh oh. Nein, das mach ich jetzt nicht. Das ist ein Creeper. Ich kann natürlich jetzt hochgehen und runterspringen auf die andere Seite ins Wasser. Durch die Preisfarge überlebe ich das. Hm. Hallo? Oh nein, schaut schlecht aus. Will ich da jetzt springen? Da drüben ist der Creeper, ich muss es tun. Okay, bye bye, schöne Welt. Geronimo! Oh Gott, ich hab's überlebt. Wow, bin's grad ziemlich weit weggesprungen. Oh nein, der Creeper verfolgt mich immer noch. Dieses Mistvieh. Oh, sogar Crit Damage. Crit! Nein, darf nicht. Achso, wenn ich oben bin, muss ich schlagen. So, hängt doch nicht. So, jetzt kann ich mich teleportieren. Ich bin aber grad unter Wasser, das weißt du schon. Klar weißt du, das hast du mir gerade gesagt. So, jetzt bin ich andert. Oh, Creeper, 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 Creeper. Lock ihn weg, bevor ich wieder sterbe. Geh weg, 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 weg. Ah, toll. Ich kann nicht. Warum nicht? Relock mal. Der Creeper ist ja unter dir. Ich seh ja nichts. Das heißt, relocken, damit du was siehst. Wow! Der Creeper ist grad draufgegangen. Hat mir drei Herzen genommen. So ein Arschloch. Jetzt muss ich wieder futter gehen. Dann kann ich meinen Turm jetzt wieder abbauen, oder? Ja, oder stehen lassen, mir sind wurscht. Na, du Herr Creeper. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Können wir in der Insel bleiben, oder der Himmel. Komm. Komm. Du, dummer Creeper, jetzt. Na, komm schon. Warum kommst du nicht zu mir, verdammt? Eh doch. Du, jetzt. Der verweigert auch. Ich komm mich an ihn ran. Unglaublich. Der verweigert mich mal voll. Ein Zombie. Weggebärmst. Und... Noch ne Runde. Und noch ne Runde. Ein Zombie ohne Kopf. Und... Einer geht nach. Ach, Parsi, da bist du ja wieder. Jo. Versuchst du grad auch, den Creeper zu killen? Der Quill nicht kommen. Ich komm ran. Wirst du kommst dran? Ja, okay, du hast dich heute zweiter vorgebaut. Hab ich denn noch Bricks? Meine Güte. Hast du ihn grad angepfurzt? So sah das nämlich grad aus. Bis du wieder drauf gehst. Lass den Scheiß. Du weißt schon, wenn er sich in die Luft gejagt, dann schlägt er dir den Block unten weg. Falls dir die Explosion nicht killen sollte. Jetzt lass den Creeper in Ruhe. Ja, das muss ich grad sagen, gell? Du leckst grad wieder ein bisschen. Ja, gib mir mal was zu essen noch. Ja, es ist total schrecklich mit dieser kacken Hedl. Du willst was zum Essen. Dann... Ach, komm, hey. Da, ich leg's vor die Haustür. Ein Brot. Hey, wie hast du mich vor die Haustür geschehen? Ähm. Du leckst einfach. Okay, ich probier's jetzt trotzdem. Wünsch mir Glück. Güper? Glück braucht nur Loser. Und tschüss, Güper. Ha, gestorben. Da lag doch seine Läuche. So, jetzt muss ich nicht in die Schlucht fallen. So, jetzt... Die Insel geht doch, eilig. Bist du auf die Tatsache, dass es keine Tiere gibt? Ja. Dass es keine was gibt? Tiere. Weißt schon. Schafe, Kühe. Ähm, ähm. Hühner. Chicken. Eierlegen, obwohl Milch soll. Genau. Ähm. Was wollte ich eigentlich? Ich hab noch ein Bett. Ja, dann hab ich wieder zwei Betten. Ich... Ich hab einen Bogen gehabt. Und fünf Pfeile. Das wusste ich gar nicht. Wie sieht's aus mit einer Landwirtschaft? Mit der Landwirtschaft? Achso. Oh, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Hier sind Seeds, da ist ne Ho. Ich würd sagen, hinter das Haus. Ähm. Ja. Da ist mir wieder die Hälfte im Weg. Das gibt's ja nicht. Der wird's echt machen. Der Vorteil ist, wenn ich keine Tiere ziehen, dann gibt's auch niemanden, der das ganze Zeit zampeln kann. Das stimmt natürlich. Ich hab's nämlich so gerade neun St... Ach, wir brauchen Wasser. Eimer. Sogar zwei Wasser, Eimer. Sehr schön. Moment, funktioniert das eigentlich noch? Ich muss mal kurz was ausprobieren. Also gleich, nachdem ich hier mal mein Wasserraben gelegt habe. Wenn's zu. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Zack. Ähm. Moment, da hab ich dann hier und hier und hier. So, jetzt muss ich kurz nochmal testen, ob man mit einem Block Wasser wirklich einen unendlichen Brunnerzeuger kann. Nein. So, Moment, wie... Müsste noch gehen. So. Hier füllen. Ah, verdammt. Das ging doch irgendwie. So, ich glaub. Der da, oder... Wie war denn das? Moment, tue ich den weg. Oder war das ein Bug, der gefixt wurde? Ich glaub, mit 1,9 ging das. Da konnte man mit einem Wasser... Also, mit einem Eimer Wasser unendlich... einen unendlichen Brunnerzeugen. Hm. Scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Egal, dann... Lass mich mal versuchen. Doch. Ja, leck nicht so viel, sondern nimm den Eimer. Gepär, was... Nicht n Eimer. Ach da! Da ich dich nicht seh, weil du rumlegst, äh... Oder nicht rechtzeitig seh, schmeiß ich dir einfach irgendwo hin, das Zeug. So. So. Oh. Oh. Ja. Du wolltest vermutlich großzügig sagen, aber ich hab dich kaum verstanden. Hm. 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 Ich brauche... War richtig. Sehr schön. Du wirst jetzt so mit mir kommunizieren. Hm. 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 Okay. Hm. 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 Ich wollte Zäune machen. Brauche ich Holz. Sticks. Sticks. Und... Na. Na. Ah. Shit. So. Zäune. Zäune? Äh. Zäune? Ach wurscht. 18. Schauen wir mal, ob das reicht. Was auf dem Wasser brauchen wir? Cool. Das geht sogar. So. 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 Und so. Ganz so. Moment. Ich hab vielleicht ne Schaufel machen sollen. Mach ich später. Nein. Doch. So. Wir brauchen Vierer. Hab ich... Wollte, glaub ich, eine Schaufel machen sollen. 1, 2, 3, 4, dann hier entlang. Geht nicht mehr. Gut gefext. Nee. Okay. Schade. Fand ich lustig. Ähm. Ach. Ich wollte Zäune machen. Holz. Ach. Ich hab hier noch Stiggys. Stiggys. Ach. Ich hab da sogar den ganzen Stack noch rumliegen. Okay. Das sollte aber reichen. Vielleicht noch n... Dingens. Ach. Mach mal zwei. Beide von. Ein Zauntour. Upp. So. Dann... Machen wir einfach hier einen. Die Zäune. Zauntour auf. Zauntour zu. Halt. Nein. Ich wollte hier ein Zauntour setzen. Verdammt. Die Zäune weg. Ich glaub den kann man mit... Genau mit der Axt inzwischen schneller machen. Abbauen. So. Und dann... Hm. Ach wir haben keine... Wir haben immer noch... Ach klar. Wir haben immer noch keine Koppels, weil keiner Koppels abgebaut hat. Du willst Brot? Ich hab nur noch ein einziges. Wir haben aber noch ähm Chicken in der Truhe. Hunger haben. Dann hol dir den Chicken. Japfen. Sprechen. Pechen.